Es ist auf dem Volksmusik-Eisberg, der noch nicht veröffentlicht wurde, aber der in Arbeit ist. Das sieht einem sehr gut aus. Der Volksmusik-Eisberg? Ja. Okay, okay. Wir haben schon viele gute Sachen gesammelt. Ich will es noch nicht verraten, aber da kommen auch die Truckerfahrer vor. Nein, das ist ja kein Volksmusik. Ja, das ist ja ein Teil der folklorischen Musik, ist es ja schon, Indienz. Ja gut, aber ich muss sagen, das ist ja eher eine klassische Volksmusik. Ja, also was mache ich denn hier? Manchmal wünsche ich mir schon, dass ich einen Reval hätte, bin ich ehrlich. Ja, kann ich nachempfinden. Und dann denke ich mir wieder so, ich bin ja kein Loop und dann vermisse ich ihn wieder nicht mehr. Bist du eigentlich schon wieder YOLO, oder? Ich spiele Greed. Also ich spiele ein bisschen zurückhaltender als jetzt. Ich gehe YOLO oder ich gehe Chaos. Ja, YOLO finde ich ist auch ein bisschen toll. Also Chaos finde ich ist nicht toll, weil da kann man schon gut arbeiten. Chaos kann dich halt und getrollen. Jedes zehnte Game bist du vielleicht ein bisschen getrollt, aber dafür hast du auch jedes zehnte Game, also du hast auch viel flexibleres Board dafür. Du hast auch oftmals insane Boards stehen, ja. Ja. Deswegen, das denke ich, das ist einfach balanced und finde ich macht mir mehr Spaß. Wenn es nicht sogar leicht OP ist, weil man manchmal echt gut reagieren kann und schwer prädikbar ist, vor allem für den Gegner. Ja, man ist definitiv schwer prädikbar. Man ist auf jeden Fall weniger einseitig von dem, was man braucht. Also das ist schon definitiv der Fall. Wie gesagt, man kann sich halt nicht darauf einstellen, so und jetzt baue ich die Unit Next Save. Oder ich spare mir jetzt Gold, damit ich die Unit reinstellen kann und die gibt mir dann Save Hold. Zum Beispiel die ganzen Sachen, die Option hast du halt nicht. Leider. Ja, ich werde meinen Freund hier gleich mit einem Lizard checken, bin ich ehrlich. Schick ihm kein Lizard, schick ihm kein Lizard, bitte schick ihm eine Dragon Turtle. Okay. Ah, true, true. Wenn du, wenn du so suchen willst, aber er wird wahrscheinlich eh nicht brechen, weil wenn der jetzt auf 4 Wörkern bleibt, dann... Ah, er hat eigentlich schon eine Ratte drin stehen, das ist gar nicht so greedy, was er macht. Ja, ist generell nicht so greedy, das... Ja. Ah. Okay, ich hab's noch bekommen, plus 17. Nice. Ja, alternativ kann ich hier halt so ein Double Kingout kriegen. Erst, weil... Ja, also... Ja, also... Das mach ich sonst mit meinen 40 Mythios, aber so entweder ich jetzt Double Kingout oder ich sende jetzt eine Dragon Turtle. Ne, ne, ich verstehe schon, was du meinst. Was denkst du? Das ist besser? Ich würd jetzt Kingups gehen und dann 4 senden oder so. Alles klar, Bruder. das wollte ich hören er hat noch einen Aqua, er hat nochmal 50 extra also war gut, wir haben ihn Value rausgefroßt und weil das Ding ist Green Devil plus Gargoyle sind halt 160 Value jetzt stellt er da die Ratte noch hin, dann sind es 170 plus den Ding, dann hat er 220 Value absolut unwahrscheinlich, dass du ihn da gebrochen bekommst deswegen schau ich währenddessen auf meinen eigenen 220 Value, die ich schon auf dem Board stehen habe ja, aber du wirst ja genau so wie nicht du machen ja, richtig das machen wir dann jetzt also mein Gegner hat jetzt zwei Windhocks ich bin jetzt sehr, sehr gespannt was der da was der da jetzt auf 3 sich noch zusätzlich rauslässt dass er da kein Problem haben will oh mein Gott ich bekomme aber auch eine Brute unangenehm bitte ich habe noch mal ein 40er es dann bekommen, das ist sehr geil bisschen an Lucky Focus aber ich schau jetzt erstmal bei meinem okay, bei meinem sieht es sehr gut aus meiner bricht aber ich brech vielleicht auch ja, die Brute wird auf jeden Fall für eine Leaks sorgen ja okay, hinter 50 und 51% sind die Leaks perfekt absolut perfekt ich glaube, ich halte den Shit mega easy ja, ja, tust du, tust du jawohl du kannst dich jetzt auch nochmal senden, oder? halt 5 also, wie du es sagst okay, du gehst 5 5 ist so viel schneller passt, passt, passt bloß er hat jetzt Shit und muss die Sport hier wahrscheinlich also, bin ich glaube ich eh okay glaube ich ja ich lasse mir noch mehr von den Wölfen raus ich hab eigentlich schon ganz gute Erfahrungen mit denen gemacht ich hab die ganz nice ja, ich glaube, wenn man da ein bisschen um die rumspielt, kann es schon nice sein ich kann es halt nie spielen, wenn ich Chaos spiele, weil ich hab sie nur in einem ja, ich weiß ja mit Chaos lohnt es sich nicht, weil du sie halt nicht stecken kannst das ist natürlich nicht gut okay, meiner hat einen Seasort mit gebaut sehr interessant mein hat sich auch gefragt, wie schwach er jetzt auf 5 sein will und er hat die Frage einfach mit Ja beantwortet wenn du jetzt auch noch, jawoll okay, krieg ich einen Wunder ich hab den Seasort nicht, ich hab mich ähm ah, der Seasort, aber der könnte ja auch okay sein, wer den Serpent ablenkt aber eigentlich ist er toll ähm, der ist hier ich stehe keinen Wolf, das ist dann doch toll lieber mehr Watten ne, ich muss jetzt so stehen lassen schau, was ich mache ja wo Ankündigung ja, Streambenachrichtigung kriegst du doch automatisch wenn du hier den Follow da hast mein Lizard ist actually perfekt, oder? ne, beim nächsten Mal schreib ich's wieder rein, aber ich bin nicht so lange online oder schau dir den Lizard an ähm, ja schau dir diesen Lizard an, der hat überlebt, hat den Seasort und Dings gedodged ohja hat so viel Value geholt ne, nicht schlecht also bei mir stehen leider noch die zwei Harpien, aber sonst halt auch nix ne, für die Info, ich werd da hart angesaved gerade und hab nen schlechten Roll zum Gefängnis hast ja recht, hast ja recht hat wirklich noch nie jemand auf die Steam Benachrichtigung geschaut mach das, mach das, mach das, ich geh wahrscheinlich 7, aber ich bin mir auch noch nicht sicher meiner hat halt äh, die beiden Falken da die würd ich schon ganz gern ja, äh, actually, ich bau Ratten aus oder 8 gehen bau Ratten aus, dann hab ich Tankiness und Damage alles klar wie viel kostet das eigentlich auszubauen? 85 die Ratte auszubauen, 65 ja, wirst du noch ein bisschen sparen und dann vielleicht auch mit vielleicht nem Fiend oder so, wenn du sowas rausbekommen kannst jetzt auch auf 6 äh, auch auf 7 7 nein der ist halt schon gut auf 7 kann schon nen Fiend probieren, ne? ja kann schon nen Fiend mitsenden, wenn du denkst, das wird was ja, wenn du nen Fiend bekommst breche, das war aber klar, weil ich hab Schissverteidigung ja ja das Weidebrechen ist natürlich schon ich komm Easy Inkampf hinter aber soll ich einfach mitsenden oder wirst du? äh, ich würd dann vielleicht sagen, dass wir 8 gehen um nen härteren Punch zu bekommen jetzt ja weil wir müssen ein bisschen zurückholen die haben uns gerade ziemlich 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 kalt erwischt ja und ich glaub 8 können wir ein bisschen mehr Pressure auf die aufbauen ok ok also ich ich probier mich ja ja gerade aus Ben in meiner Ausstellung siehst du ja ja ich hab jetzt vor die ganzen ich hab jetzt vor ein paar von denen halt abzugraden und dann einfach ganz viele dass ganz viele Stacks da sind oder ganz viele abgegradete Ratten die alle Damage machen oder halt Wölfe die alle Damage machen aber momentan 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 mach ich noch gar kein Damage ja ja sowieso aber ja ich wollte erstmal die Ratten stacken äh die Wölfe find ich nice du bist halt hier aus ich bin mal gespannt ob du die Wae fällst wahrscheinlich schon dein DPS ist im Sale ich glaub schon ich glaub schon aber ja ist auf jeden Fall ein großer Schmarrniss aber ja ist auf jeden Fall ein großer Schmarrniss du wirst jetzt hier gehen hast du gesagt ja ich würd jetzt hier gehen okay ja will ich will ich wahrscheinlich trotzdem noch Overvalue bleiben ja ich will jetzt mal einen Tank ziehen hier weil ich hab meine Tankiness ist ähm dürftig at best ich baue hier schon den Harbinger dürftig at best ja bei mir sind viele DPS ja bei mir sind viele DPS dürftig at best aber ich ich Limit teste nennen wir es mal Limit Testing was ich hier betreibe man könnte es auch trollen nennen Top 10 Symmetric Legion Spieler so true so true wenn ich es nicht symmetrisch habe dann raste ich aus also wenn wir den Gegner vergleichen sind uns auch schon sehr symmetrisch außer manchmal also ich hab auch Momente da hab ich einen Schlagart der Mann hält knapp der hat einen Rob Rape ausgebaut mhm ich glaub hier hier hättest du glaube ich keine Fiend schicken dürfen hier wären wahrscheinlich schon Dinos besser gewesen möglicherweise ja möglicherweise wären es die Dinos gewesen oder halt weißt ne Mole oder so er hat jetzt so viel Magic Defense und wie gesagt der ist auf diesen Waves nicht schwach gewesen ich hab ja nur mit dem mit senden wollen ja ne aber also sein Send war auch er hat schon ein bisschen besser sein können sagen wir sagen wir mal so der Send war dafür da damit damit viel Income reinkommt so ist es ok ich baue jetzt die die Boys hier vorne aus bei mir ja ich baue mir einen Bionet die beiden ok 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 let's get it let's get it ok ok ja ja naja also kann ich auch die einfach spammen ich muss jetzt nicht kleine spammen und dann die großen aber das ist theoretisch kosteneffektiver wäre das ja ich glaube es ist gut ein paar kleine und einzelne große zu haben ja 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 durch die kleinen hast du halt viele Stacks und die großen sind aber die den Damage machen also die kleinen Multiplicaten und dann den Damage machen die großen und so ja dann werde ich jetzt einfach übertreiben mit denen weil jetzt die nächsten 3-4 Waves stark sind und dann schau ich du hast übrigens 220er Cent bekommen ja ich auch ich halte den auch ja ich halte den auch ganz ganz problemlos Harbinger ist halt eine komplett insane Unity ja ich würde wahrscheinlich zu 11 gehen nur dass du schon mal Bescheid weißt ja oder 11 gehen wollen mhm mhm ich halte mich hier noch zu mit den kleinen ja also 11 11 wir machen jetzt hier noch die ja viel später können wir fast nicht gehen weil ich bin 11 ist die Welf 11 ist die Welf 11 ist die Welf obwohl die jetzt das King-Ups senden wir können theoretisch auch 12 wegen King-Ups aber ja gerne ja deine hat ja nur Vögel also das ist gar nicht so schlecht ja ja dann lass 12 gehen lass ich hab Bock 12 zu gehen ja lass 12 gehen ja ja außer es gibt ein defensives Augment ne gibt's nicht ok jetzt nenne ich es auch schon Augment hier das Legion Spell jetzt soll man Press nehmen ich lass mich grad schauen aber ja lass Press nehmen ich denke jetzt auch das hier das Beste ist definitiv ja wir können den jetzt in 400er Cent auf F12 rein knallen wenn das mhm ich mein wahrscheinlich ich würd mal annehmen dass die jetzt nochmal King-Ups gehen ja so und dann vielleicht überleben sie es aber Minus 270 Value sagt mein Dings aber das lügt ja du bist bei 16 du bist 16 Lerke gepusht aber das ist auch alles gut so also du hast das absolut richtig gemacht ja ja du hast das absolut richtig gemacht wir müssen das lachen ja ich glaub trotzdem dass die Value lügt dass es nur wegen der Spell ambigüös ist mhm möglich 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 das könnte schon sein dass sie da noch Press the Attack mit rein rechnen ja ich glaub sogar das ist wirklich so ja true ganz sicher okay jetzt sagt 1212 ich brauche ein vor allem ich brauche eine Moll und einen Hermit wenn da irgendwas was tanky ist hab ich alles was ich brauche ähm ich mach das so ähm sicher dass du da kein Magic Damage gegen die ganze Natural Frontline mal senden wollen würdest du hast also den Entler habe ich übersehen aber sonst hat er nicht wirklich Entler ja hat schon ein bisschen Magic Frontline aber egal ja du machst dein Ding ich mach mein Ding ich ich jetzt vor allem hier jetzt müssen wir auch mitbauen bless my bark send noch hast du schon ja passt ja abgeschaut ich hab noch he he einen illegalen Cent reingetan ja zwei ok ja ja reicht trotzdem reicht trotzdem mehr reicht easy weißt du die Dinger machen ja DPS ich weiß schon ich weiß schon die sind mitten in der Wave und er hat die Hälfte seiner Death Tanker und es sind ja scheiße die Dinger ja ich weiß schon ich weiß schon deswegen ist das klar ich mein dein Gegner hat halt ich hätte ich hätte ich hätte also ich glaube klar wenn ich Imps eingebekommen hätte wäre es vielleicht ein bisschen besser gewesen ja ich glaube ein zwei Imps statt vielleicht einer Dragon Turtle und einer Mimic und dann ich glaube es wäre besser gewesen ja ein bisschen besser gewesen ist auch nicht so wichtig man kann ja immer das perfekte Optimum man kann nicht immer das perfekte Optimum schau dir meine Compte an was mach ich denn gerade es ist wunderschön ja Bruder also seif dir mal nicht so den Anus ein aber doch es ist viel zu schön gerade es ist viel zu symmetrisch aber ich bin auf mein Wort schon auch stolz bin ich ehrlich ja bei mir ist es nur die Symmetrie es ist es ist es ist es ist einfach ein Genuss und ich bin Overvalue scheinbar ich weiß nicht warum ich Overvalue bin plötzlich ich habe mir scheinbar ein bisschen viel Cash gemacht muss jetzt aber die Gegner saven gerade auch also ja 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 ich würde es konservativ spielen weil wir können auf den 15 auf den 15 würde ich sagen machen wir Ende also wir riskieren jetzt dass die uns 14 senden wir sind Overvalue wir halten das und wenn wir beide 15 gehen sind die auf jeden Fall schneller tot als wir so ist es gut 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 keiner liegt das keiner liegt das ohne Cent ja true ja die haben halt auf unseren fetten Cent vielleicht haben die gesuicide pusht ich glaube nicht suicide pusht aber lass senden es ist zu spät es ist zu spät bruder kacke ich glaube nicht dass sie suicide pusht aber ich habe Angst vor den suicide pusht wie sieht deine Value aus wie sieht deine Value aus ich baue sie 100 Under super gut 100 Under ist ok ja ok ja ich habe jetzt ich habe mich jetzt schon eingeschissen dass der jetzt vielleicht irgendwie hier 10-12 Worker in den letzten 1.5 Waves rausgepusht hat das wäre bisschen tragic für uns ja verstehe ich aber ne 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 Value ist eh ok schauen wie ich mein Geld ausgebe passt mit bisschen Shit Spam wie immer ich habe mir einen Trinity Archer hier raus gelassen mhm das alles hier auf auf wave 15 würde ich eben also auf jeden Fall alles was tanky ist vielleicht kriegst du also vielleicht einfach ja die kommen hier dachte ich mir ja aber das war kein suicide pusht dein Cent ist nochmal 80 stärker als meiner also ein bisschen Suicide war drin das war halt nur nicht full suicide das war halt nur nicht full suicide die haben einfach nur in Squealy gespielt weil sie wissen das ist ihre letzte Chance vielleicht ja ja wenn meiner jetzt nochmal die Wave ohne Cent liegt ne ok macht er nicht ja tatsächlich wirklich gar kein suicide push lass sie centen ja ja great achso du hast nicht gehalten jetzt verstehe ich das ich habe nicht gehalten nur ich habe gehalten es wäre tatsächlich gefährlich geworden die Wave wenn ich das jetzt nicht gehalten hätte ich dachte so du hast da nie die Doomsday Maschine da gehabt also es ist auch gar kein Schloss ja 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 war gar kein Schloss war gar kein Schloss aber ich dachte bei dir läuft es auch nicht ganz so madig ähm ich weiß den Bodi da rein der macht das best man in Magic Frontline ist halt shit das ist immer das ganze Zeit schon das Problem ja 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 aber Magic Frontline brauchst du jetzt nicht mehr in dem Game bis also nie wieder nehmen wir ja ja die Runde ja nie wieder aber ja du brauchst nie wieder Magic Frontliner es gibt keine Wave mehr ja jetzt nie wieder richtig aber ich hätte sie hier gern gehabt und als der Wave ja aber ich meine hier kommen die ja nicht nochmal stark verstehst du was ich meine wir haben ja den Sand gleich abgewehrt ja ja ich weiß schon das ist natürlich echt ich bin trotzdem unhörtlich schwach also ich will die Wave schon ja schon die Resend schon ja ok ja sie will halt wenigstens halten und das ist schon nicht so leicht ja gut mit meinem Zeug und meine Tanks sind halt die Low EOS Struggle von dir da verstehe ich gar nicht ja nicht man wir fahren Lucky Lowes gehabt also meiner ist Ofen für meine Vorschläge ja meiner hat 75% durchgelassen ich hätte das bessere senden können aber das ist komplett egal eigentlich Hals sogar Fire Archer komm 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 noch einen Autotank ha 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 nein Shutdown 127 ha 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 aber GG also 41 ja ich kann keins mehr machen ist zu knapp ja ok ah verstehe ich verstehe ich schade wunderbar Hot Streak ja auf jeden Fall war eine geile Runde sind jetzt schon bei 2238 geht weiter in Richtung Top 100 und ja jetzt willst du noch irgendwas sagen? Elvis danke fürs Zuschauen und weniger ja danke guter Tipp gebe ich zurück ciao 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 jetzt go 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 Untertitelung des ZDF, 2020